Hallo und herzlich willkommen beim IT-Founder-Podcast. Mein Name ist Tobias Ziegler, ich bin Gründer und Geschäftsführer der IT-Business-Coach GmbH und auch Initiator von IT-Founder. Hey, schön, dass du beim IT-Founder-Podcast heute wieder mit dabei bist. Heute gibt es ein paar ganz konkrete Praxistipps, wie du dein LinkedIn- und Xing-Profil auf Vordermann bringen kannst. Ich fokussiere heute auf LinkedIn, die gleichen Prinzipien greifen, aber auch bei Xing soweit. Aber tatsächlich ist es so, dass ich und auch die meisten meiner Kunden, mit denen ich zusammenarbeite im IT-Bereich, LinkedIn den Vortritt lassen, weil da einfach mehr Musik drin ist und schaut auch so aus, als würde sie das eher in die Richtung zu LinkedIn weiterentwickeln. Also ganz konkret, warum sprechen wir darüber? Über LinkedIn gewinnen IT-Unternehmer mittlerweile extrem viele Kunden, weil man darüber einfach einen sehr, sehr guten Draht zur Zielgruppe aufbauen kann. Und man braucht dafür zwei wichtige Komponenten. Und über die eine sprechen wir, die zweite werden wir heute nicht fokussieren. Und zwar die eine wichtige Komponente ist, du brauchst ein gutes Profil. Super simpel. Dein Profil muss einfach sauber sein. Dein Profil muss klar sein, außergekräftig sein. Und jemand, der das sieht, muss sofort verstehen, worum es bei dir geht und warum er gerne mit dir zusammen in Verbindung stehen würde. Die zweite Komponente, da geht es beim nächsten Mal drum oder in den nächsten Tagen, das ist ganz einfach das Thema. Du musst auch Leute aktiv anschreiben. Du musst mit Leuten in Dialog gehen. Du musst natürlich auch, wenn du angeschrieben wirst, antworten und so weiter. Also es geht darum, die Kommunikation, den Dialog mit den Leuten zu leben. Also Fokus aufs Profil. Was brauchst du? Und das ist relativ einfach. Punkt eins. Du brauchst ein Profilbild. Ein Bild von dir selber. Ansprechend. Gerne lächeln. Gerne auch eine Situation oder sowas, wo man einfach merkt, hey, du bist auch ein bisschen lockerer. Du bist nicht so super stocksteif. Und es sollte nicht exakt das Bewerbungsfoto sein. Und was super gut rüberkommt, ist, wenn du das Bild freistellen lässt. Du suchst einfach irgendjemanden, der mit Photoshop einigermaßen fit ist oder wie auch immer das Bild bearbeiten kann und das freistellt, komplett ohne Hintergrund. Oder vielleicht zum Beispiel in deiner Unternehmensfarbe den Hintergrund zu gestalten. Das ist einfach ein bisschen ins Auge fällt. Also ein vernünftiges Profilfoto. Punkt zwei. Eine Kopfgrafik. So ein kleines Banner-Header-Grafik. Gerne mit deinem Logo mit drin. Gerne, wo einfach nochmal klar wird, dass es bei dir um IT-Services geht. Dass es bei dir um Consulting geht, um IT-Security, um Web-Design, was auch immer dein Thema ist. Nicht viel Text. Also wenn dann wirklich nur irgendwie ein großes Schlagwort oder sowas. Und lieber visuell nochmal ganz kurz ein Bild im Hintergrund zu legen, wo nochmal der IT-Kontext klargestellt wird. Das können Server sein. Das kann ein Rack sein. Das kann ein Arbeitsplatz sein. Das kann ein Mac sein. Whatever. Kann auch Programmiercode sein oder sowas. Und vielleicht dein Logo in den Vordergrund zu setzen und deine Farben einfach nochmal aufzugreifen. Also Profilbild, Header-Grafik, also dieses Kopfbild. Dann logisch klar dein Name. Wenn du magst, kannst du hinter deinem Namen, vor deinem Namen, wie auch immer du möchtest, auch noch so ein kleines Zeichen mit reinpacken. So Emojico-mäßig. Also entweder du nimmst ein Smiley oder sowas. Das finde ich aber ein bisschen zuverspielt. Oder du nimmst sowas wie eine Rakete oder so einen zeigenden Finger oder sowas. Wenn du willst. Also du kannst mit Emojicons arbeiten, musst es aber nicht. So und dann hast du noch so einen kleinen Absatz, der unter deinem Namen angezeigt wird auf dem Profil. Und da solltest du aus Kundensicht wirklich in wenigen Worten ganz klar machen, warum die unbedingt mit dir zusammen sein wollen. Warum wollen die mit dir vernetzt sein? Warum wollen die in den erlauchten Kreis deiner Kontakte aufgenommen werden? Und dann einfach nochmal klarzumachen, was ist deine Expertise? Welches Problem löst du für wen? So, dann gehen wir weiter. Dann kannst du zum Beispiel so einen kleinen Block aufmachen. Was sind denn eigentlich deine Leistungen? Was sind deine Produkte? Was sind deine Serviceleistungen? Und dir einfach mal kurz ein paar wichtige Schlagworte aufzugreifen von den Begriffen, nach denen deine potenziellen Kunden aussuchen würden. Dann gibt es einen Highlights-Bereich, der dynamisch gefüllt wird. Da brauchst du jetzt gar nicht so viel machen. Kleinen Infobereich, wo du nochmal so einen kleinen Text dazu schreibst. Da reichen eigentlich so zwei, drei Absätze. Muss auch nicht super viel sein. Aber das ist auch total charmant, die ein bisschen aufzulockern. Mit Symbolen zu arbeiten, mit Textformatierung zu arbeiten, eine kleine Zwischenüberschrift zu nehmen. Eher so Bullet-Point-mäßig, also einen Absatz zu machen. Der hat vielleicht drei, vier Zeilen. Die wichtigsten Schlagwörter, drei, vier, sind fett markiert. Nächster Absatz, kurze Überschrift. Und dann vier, fünf Bullet-Points. Nächster Absatz, kurze Überschrift, vier, fünf Bullet-Points. Handlungsaufforderung, mal Kontakt aufzunehmen und wie sie das tun können. That's it. Dann gibt es nochmal einen Fokus-Bereich, den man aufmachen kann. Und da empfiehlt es sich zum Beispiel auch, die eigene Webseite einfach nochmal zu positionieren. Das eigene Logo nochmal reinzupacken. Und auch mit ein paar wenigen Schlagworten einfach nochmal klarzumachen, um was es denn eigentlich bei dir geht. Die Aktivitäten, das füllt sich automatisch durch das, was du tust, den Leuten, denen du folgst, die Beiträge, die du postest oder was du selber kommentierst. Und dann geht es um die Berufserfahrung. Und das ist halt witzig. Wir neigen dazu, da automatisch in diesen Lebenslaufmodus einzusteigen, wie man es halt so gewohnt ist aus dem Arbeitnehmerleben. Das interessiert aber deine potenziellen Kunden nicht, die du über LinkedIn ansprechen möchtest. Wenn du jetzt keine Jobangebote kriegen willst, sondern Kunden, dann geht es darum, diese Berufserfahrungsbereich dafür zu nutzen, nochmal dein Unternehmen zu präsentieren, deine Rolle im Unternehmen zu präsentieren und die Leute anzuregen, mit denen Kontakt aufzunehmen. Und auch das kannst du wieder machen. Da kannst du auch ein kleines Bild hinterlegen. Da kannst du einen Link drauf packen zum Beispiel und so die Leute einfach auch nochmal abholen, dass sie dann auch wirklich zu dir kommen. Wenn du relevante berufliche Stationen hast, kannst du die da aufführen. Aber denk einfach nochmal dran, es geht nicht darum, deinen Lebenslauf darzustellen, sondern es geht nur darum, die Punkte zu nennen, die für potenzielle Kunden relevant sind. Das Gleiche für die Ausbildung. Und dann kommt der nächste Bereich, und das ist natürlich auch super spannend, Kenntnisse und Fähigkeiten. Und das hilft definitiv, wenn du da so die wichtigsten Themen platzierst, die für deine Kunden relevant sind. Wieder das gleiche Thema, machst du IT-Beratung, machst du Softwareentwicklung, IT-Security, bestimmte Themen, die du in dem Bereich machst. Und lass dir diese Kenntnisse dann auch bestätigen. Ein super, super einfacher Trick an der Sache ist, wenn du ein paar Freunde hast, die selber auf LinkedIn unterwegs sind, bestätige einfach mal die Kenntnisse von den Arbeitskollegen, Freunden, die du kennst. Du sagst, die Kenntnis hat der tatsächlich. Und so eine automatische Reaktion, funktioniert nicht immer, aber relativ oft ist, die bedanken sich bei dir in der Form, dass sie einfach auch gucken, welche Kenntnisse von dir können sie bestätigen. Das baut einfach auch nochmal Vertrauen auf. Wenn du die Möglichkeit hast, dir auch wirklich Empfehlungen zu holen, das ist dann der nächste Bereich, da kannst du auch aktiv um Empfehlungen bitten. Das ist natürlich nochmal die Königsdisziplin. Dass jemand sich die Zeit nimmt, einen kurzen Text über dich zu schreiben, ein Feedback zu geben, dich weiter zu empfehlen, zu sagen, hey, das und das und das finde ich klasse oder das und das war die Aufgabenstellung bei uns, so und so hast du es gelöst, ich finde das richtig klasse, ich kann dich weiterempfehlen. Das ist sehr, sehr viel wert. Also wenn du da die Möglichkeit hast, zwei, drei Empfehlungen zu erhalten und die auch aktiv einzufordern oder zu erbitten, sagen wir mal so, nutzt das unbedingt. Dann kommen wir zu den Qualifikationen und Auszeichnungen und auch da geht es jetzt wieder um Relevante. Du kannst da natürlich so ein paar allgemeine Themen reinpacken, wie Sprachen, sprichst Deutsch, sprichst Englisch, sprichst vielleicht noch andere Sprachen. Du kannst da aber natürlich, wenn du was Passendes hast, da auch noch weitere Qualifikationen, Zertifikate und sowas hinterlegen. Und auch das ist nochmal was, gerade wenn du Herstellerzertifikate hast oder wenn du eine hochwertige Weiterbildung hast, die deinem Kunden was sagt, dann kannst du die da auf jeden Fall hinterlegen. Und dann haben wir unten auch nochmal einen Interessensbereich, wo einfach auch die Besucher nochmal sehen, welchen anderen Seiten Accounts folgst du denn eigentlich. Und ja, je nachdem, was du so treibst, macht das natürlich auch Sinn, dass du einfach nochmal den großen Herstellern, den großen Marken, den großen Namen, den großen Meinungsführern in deinem Bereich auch folgst. Denn das sehen die Leute dann auch wieder, die dein Profil besuchen. Also super einfach, wenn du dein Profil optimieren willst, in einer halben Stunde, Stunde bist du da durch. Wenn du sagst, ich habe da jetzt keinen Bock drauf, das irgendwie im großen Stil zu machen, dann nimm dir einfach mal ein, zwei Kleinigkeiten vor und mach einfach am nächsten Tag das nächste. Aber das ist deine Eintrittskarte, wenn jetzt jemand dein Profil sieht. Das ist der erste Eindruck, den du hinterlässt. Und das macht natürlich Sinn, an der Stelle zu punkten, dass den Leuten gleich klar ist, hey, warum will ich denn unbedingt mit dir in Kontakt treten? Also super einfacher Tipp heute, schnapp dir dein LinkedIn-Profil. Analog dazu geht das auch auf ein Xing-Profil, je nachdem, wo du mehr unterwegs bist. Wenn du auf LinkedIn noch nicht unterwegs bist, dann leg dir jetzt ein Account an, schnapp dir dein Profil, pack ein gutes Foto rein, pack eine gute Hatter-Grafik rein und fang erstmal an, die ersten Bereiche da zu optimieren und einzutragen. Und genau, wenn du Fragen dazu hast, super gerne komm in die IT-Founder-Facebook-Gruppe rein. Genau, suchst einfach auf Facebook nach der IT-Founder-Gruppe oder gehst auf it-founder.de slash go slash group und stell mir gerne deine Fragen. Ich helfe total gern weiter. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich auch riesig über eine gute Bewertung, freue mich vor allem über eine ehrliche Bewertung und sehr, sehr gerne, auch wenn du ein, zwei Sätze dazu schreibst, was dir gefällt oder vielleicht auch, wenn du Tipps und Anregungen hast, was wir noch besser machen könnten, würde ich mich riesig freuen. Einfach auf iTunes oder wo auch immer du mich hörst, ein kurzes Feedback zu hinterlassen. Abonnier auch gern den Podcast, damit du keine Folge verpasst. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao.